Hallihallo und herzlich Willkommen hier zurück bei Doom 2 und ihr werdet euch daran erinnern, das ist ja gar nicht die Stelle, wo er das letzte Mal aufgehört hat. Ja, genau so ist es, denn kurz nachdem ich abmoderiert habe, kam dieses fette Vieh, was sich vor unserer Nase weggebüht hatte. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey Leute, ich hab's gefunden, ich bin hier schon so ungefähr 20 Minuten rumgeirrt und hab jetzt den Punkt wiedergefunden, hier benutzen wir die blaue Karte. Jawoll, endlich haben wir's geschafft hier, ich hab ewig gesucht, ich hab's echt nicht mehr wiedergefunden. Und es war direkt nebenan, wo man die blaue Karte findet. Da gibt's ein Beam-Portal und mithilfe dieses Portals kommt man dann hier hin. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt mir das hier? Erstmal nicht viel, ne? Verdammt, ich hätte da rüber gekonnt, dann wäre ich unbesiegbar gewesen. Ähm, speichern trotzdem ab. Keine Ahnung, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht gut. Wer mal, wird sich rausstellen. Auf jeden Fall mal 4 HP. So, die rote Karte. Sehr geil. Und nochmal ein bisschen Moni. Die rote Karte, ein rotes Tor, hab ich schon mal gesehen. Hab ich schon mal gesehen, muss ich sagen. So, letzte Unsichtbarkeit, was eh nix bringt. Also, man kann das Ganze ja auch kooperativ spielen oder gegeneinander. Äh, gelb. Und da bringt vielleicht dieses Invisible was, aber ansonsten sehe ich hier echt keinen Grund. Hier, genau. Tja, wir haben halt auch keine Muni mehr, ne? Ich muss die jetzt nehmen. Oder muss ich die wirklich nehmen? Ich muss die echt nehmen. Ey, ich hab nichts mehr. Ich hab halt nichts. Mann! Lasst mich jetzt in Ruhe. Okay, es kommt runter. Und das dauert ein bisschen anscheinend. Kriegen einfach mal so auf. Oh, komm, Bazooka, schieß hoch. So. Mach mal die, oder was? Komm her, noch ein Stückchen. Verdammt. Bäm! Haben wir alle drei auf einmal. Was ist mit denen da oben? Scheiße, Mann! Bleibt natürlich hängen. Müssen wir von hier schießen. Von hier hinten. Bäm! Der hat hier gesessen. Ja, ey, das ist so. Das ist aber echt sackschwer, diese Level hier. Also, ich kann jetzt sagen, dass Doom 2 wesentlich schwerer ist. Also, das war... Irgendwie hätte ich da... Da hätte ich mich wohl vertan. Ich hab ja am Anfang gesagt, dass ich dachte, Doom 1 wäre schwerer. Es ist nicht an dem. Das ist Schwachsinn. Definitiv. Doom 2. So. Keine Ahnung, ob ich hier gezielt abspringen muss, um nicht zu erquetscht zu werden. Ne, muss ich nicht. Okay. Und jetzt kann man hier wahrscheinlich noch ordentlich looten. Hä? Doch. Haben wir genommen. 20 Schuss. Ist hier noch irgendwas? Was? Wir wollen natürlich das Zeug da links noch haben. Hier, das braucht man schon. Wenn wir da oben drauf gehen, können wir uns dann runter droppen lassen und dann kriegen wir da auf jeden Fall noch ein paar Bazooka-Schüsschen zusammen. So. Und los. Komm hier. Lass dich fallen, Alter. Lass dich hängen. Haben wir hier noch was? Jawohl. Energy Cell. Und wir haben jetzt die gelbe Karte. Gelbes Tor. Haben wir doch eben auch irgendwo gesehen. Das war's nicht. Scheiße, Mann. Wo war denn das? Da. Exit. Sicher. Ja. Haha. Downtown finished. 90% abgeknallt. 38% der Items gefunden. 37% der Secrets in 2 Minuten 53. Alles klar. Oh oh. Bam. Jawohl. Erstmal ordentlich Muni verbrennen hier. Wir sind auf irgendeiner Burg, oder was? Bäm. Bäm. Jawohl. Erstmal ein Imkeinen in den Arsch geschossen. Scheiße, wo muss ich denn hin? Oh oh. Die sind gefährlich hier, die Typen. Okay. Das sieht nach einem roten Schlüssel aus. Vermute ich mal. Bäm. Voll abgebratzt. Oh. Ach, komm her. Wenn hinter mir eine Wand ist, geht das. So. Nur einen Schuss verplempern. Mehr wollen wir da nicht. Wo geht's hier weiter, Leute? Ey. Lass das. Dreckiger Freak. Erstmal abspeichern hier. Wie heißt denn der Level? The Inmungs. Denz. Deans. Versteh ich nicht. Mir zu hoch. Ähm. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da könnte ich doch theoretisch ins Wasser, oder? Komme ich da ins Wasser? Jetzt komme ich hier hin. Oh Gott. Apps. Jawohl. Hm. Mehr bringt uns das aber auch nicht. Nö. Damit können wir nur wieder zurück. Ach, stimmt. Das ging ja auf. Lass mal die ja wegschießen. Die alten Dösbittel. Bäm. Minion. Achtung. Was? Genau reingelatscht. Oh, da ist noch einer. So. Der lebt doch immer noch. Shit, wir treffen den einen Typen nicht. Hier ist zu. Braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel. Oh. Bäm. Jetzt ist er hier platzt. Das ist auch eine Tür. Wir sind gefangen. Ah, jetzt geht's auf hier. Scheiße, Mann, ey. Ich geh gut auf den Sack. Piss dich. Piss dich. Ah, die beschießen ihn. Finde ich gut. Macht das mal. Regelt das mal für mich. Äh, regeln wir das. Sind wir hier der Schiedsrichter und müssen euch mal auseinander bringen. Oh, oh. Kann man rechts und links reingucken. Hallo. Mensch, ey. Schrotflinde, mach hier mit und triff. Mann, ey. Die schießen hier quer einmal durch die Burg durch. Na, komm, der Jungs. Schön umfallen. Alle der Reihe nach. Ah, jetzt können wir hier rüber glitschen. Und hebs. Na, komm. Bam. Da hinten ist der rote Schädel. Den müssen wir einsacken. Oh, oh. Das wird beinahe in die Hose gegangen. Sehr geil. Die rote Karte, Hammer. Es läuft. Es geht vorwärts. Hier noch jemand? Jawohl. Keine Miete gezahlt. Abgeknallt. Nachts dauert zu lange. Brauche ich zu viel Muni. Ähm. Ja, wir könnten theoretisch. Hoppala. Theoretisch. Könnten wir doch noch hier rüber. Hopps. Zieh nochmal eine Runde hoch. Da hinten ist auf jeden Fall das rote, wo wir hin müssen. Das war nix. Das war gar nix. Nope. Wir hätten eins nach rechts springen können. Dann kommen wir da drüber. Oder? Oder? War das was? Wird doch nix. Ne, das ist ja kein Fahrstuhl. Hä? Seht ihr das? Das ist kein Fahrstuhl. Da komme ich nicht hin. Probieren wir es mal hier aus. Können wir halt drum herum latschen. Mal reingucken. Aber mehr haben wir davon auch nicht. Nope. Nobody. Nope. Da hinten ist zwar was rotes. Aber bringt uns halt nichts, weil wir nicht hinkommen. Oh, da ist ein blauer Blubbel. Ein blauer Blubbel. Hoppala. Ach was, das ist aber zu. Hoppala. Doppelder bringt Glück. Sind wir gefangen, oder was? Ne, können wir hier wieder raus. Ey, das ist ja wieder komplett komplex hier, das Level, oder was? Wie kommen wir jetzt hier weg? Ah, hier. Ne, geht nicht auf. Warum denn das? Wir brauchen irgendeinen Schalter, der die ganzen roten Säulen hier deaktiviert. Wo ist dieser Schalter? Hier ist nix. Oh, dieses Level-Design. Das ist ja wirklich, wirklich aus der Hölle, kann man sagen hier, oder? Das ist schon echt schwer. Wir müssen bestimmt hier drüben lang. So. Ah, hier, na klar. Können wir noch rüber. Da kann man rüber. Aber hier fehlt er halt immer noch. Ah, ich kann kotzen. Da fehlt halt immer noch der Deaktivierungsschalter dafür. Immer noch ne Zelle. Tja, Leute, ich hab keine Ahnung. Geh mal einfach nochmal an den Start. Hier, rot. Geht nicht. Hier. Ach, was. Oh, scheiß die Wand an, Alter. Du Sack. Alter, das ist doch. Diese Typen sind doch echt. Die haben sie doch nicht alle. Toll. Jetzt haben wir hier nicht mal die Karte. Oh, oh. Stirb jetzt. Boah, immer durchratzt hier. Verpisst dich, du Sackgesicht. Ach. Wenn man halt wieder ewig nicht speichert und das immer vergisst. Ist halt diese Verweichligung der heutigen Spiele, die es halt immer auch nur Saves hat. Dann vergisst man es halt bei alten Spielen. Ist doch scheiße. Aber jetzt wollen wir wissen, wo es lang geht. Sollte das hier kein Problem darstellen. So, die rote Karte. Jetzt kommen wir hier direkt wieder an den Anfang. Oder? Hier können wir nochmal rüber. Das Zeug einsacken. Jawohl. Geht erstmal voll in die Hose. Wir kommen jetzt wieder zurück. Oh, warum halten die denn so viel aus hier? Zwei Schuss. Meine Fresse. So. Ähm. Genau. Jetzt wieder zurück an den Anfang. Was haben wir denn alles hier im Repertoire? Haben wir denn die BFG? Ja. Tja, Freunde. Dann wissen wir ja schon, was wir jetzt gleich machen. Hä? Willst du mich verarschen? Wo ist der hin? Wo hinten ist er hin? Ach, komm schon. Komm, komm, komm. Ah, die zoffen sich dahin. Habt ihr es gesehen? Ach, du dämliche Tür. Verdammte Axt, ey. Die ganze BFG verbratzt. Nichts gebracht hier. Jawohl, wir haben ihn. Ich speichere ab, Freunde. Auch wenn es gerade richtig kacke aussieht. Ist mir egal. Wir haben diesen Sack besiegt. Der ist einfach nur unausstehlich hier. Sieht nicht so richtig gut aus, was ich hier mache. Wir gucken einfach mal hier rein. Was ist denn bei ihm drin gewesen in seinem Kerker? Invisible. Jawohl, ja. Oh, da ist die blaue Karte. Die blaue gute Karte. Die wollen wir doch. Oh, shit. Obwohl, ist gar nicht so schlecht, ne? Die sehen, die schneiden gar nichts hier. Hier hinten geht es ja auch noch weiter. Ey, was ist denn hier los? Ich höre doch hier irgendwie eine Spinne. Schneidet gar nichts. Oh, hallo. Bäm. Sehr geil. 191 Prozent und wir hängen fest. Geile Sache. Auf jeden Fall haben wir nicht den Schlüssel mitgenommen, was natürlich dämlich ist. Denn den brauchen wir ja. So, jetzt sind wir aber wieder hier und können hier direkt rein. Sehr geil. Jetzt habe ich das Level so ein bisschen durchdrungen. Bäm. So, erstmal mal ganz viel Geld länger an, Muni. Die blaue Karte. Ähm. Ja, und mehr ist hier, glaube ich, gar nicht, ne? Das war's. Und jetzt kann man die auch hier benutzen. Tatsächlich, habt ihr das gesehen? Ne. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es echt nicht geschnallt. Was ist denn da drüben noch? Ähm. Die blaue Karte. Ach, weil doch aufzuschießen. Was soll denn das? Macht dich doch nicht lächerlich hier. Mit der blauen Karte kommen wir jetzt da drüben weiter, oder? Da. Jawohl, ja. So wird doch ein Schuh draus. Gucken wir hier nochmal überall durch. Da ist doch der Nächste. Hi. Ey, das ist unsichtbarer. So, nochmal abspeichern, bevor hier wieder alle Wände aufgehen. Und mich tausende von Gegnern angreifen. Boah, von der haben wir jetzt richtig viel Mutti. Geil. Richtig geil. Also mit der Gatling Gun, da können wir jetzt irgendeinen Boss killen. Ach, kommen wir da rüber. Und abs. Okay, Leute. Ist kein Geheimgang mehr oder irgendwas. Aber das Level Ende. The Inmost Dance. Finished. 110 Kills. Wie geht denn das bitte? 100 Items. 100% und kein Secret. Das ganze Level war ein Secret, oder? Also 6 Minuten 52. Oh, hallo. Jawoll. Den ersten Schnappischossen. Kein Geheimgang am Anfang. Sehr schade. Ja, wenn ich da jetzt draufgehe. Wie heißt denn das Level überhaupt hier? Industrial Zone. Industriezone. Okay. Und jetzt? Oh, hier. Fahrstuhlschalter. Alles klar. Hab's geschnallt. Hast du mal ein bisschen aufräumen hier in der Stadt, oder was? In der Industriezone. Jawoll. Die Pumpe, ey. Mit der kommt man ordentlich durch. Ey. Hahaha. Pisst euch, ihr Säcke da oben. Schöne Grüße von unten. Uuuh. So. Ich hab keine Ahnung mehr. Also diese Level hab ich noch nie gesehen hier, hab ich das Gefühl. So, hier haben wir noch ein paar. Oh, nicht mal reingerotzt. Boah, ich krieg gut auf den Sack hier. Ich muss weg. So, Leute. So, Leute. Aber. Die Zeit ist eh gleich rum. Also die ist schon rum, aber ich muss jetzt hier, möchte ich noch ein bisschen aufrollen. Hör ich das doch mal an hier. Das ist ja wundervoll. Wie man mit der Pumpe hier durchkommt. So, wir machen mal hoch hier. So, dann sind wir wieder am Anfang. Haha. Kurze Runde gedreht. Und schon wieder am Anfang. Wir speichern ab. Da unten ist ja jetzt gut aufgeräumt. Industrial Zone. Genau, das ist sie. Da. Machen wir nämlich. Das nächste Mal weiter. Hier bei Doom 2. Natürlich. Weiterhin auf Linda. Haut rein. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.